Hallo zusammen, willkommen zurück. Heute geht es weiter mit Angular. Und zwar wollen wir heute die Grandchildren-Beziehung sozusagen lösen, indem wir eine Komponente machen, die wir in eine Komponente einbinden, die wir in unsere App-Komponente einbinden und dann wollen wir unsere Enkel sozusagen auslesen. Gut, dazu brauchen wir erstmal eine neue Komponente. Irgendwo muss das hier noch sein. Ich nenne jetzt einfach mal Enkel und dann haben wir am Ende eine Enkel-Component und die fährt jetzt hier einfach rum und macht eigentlich nicht wirklich was. Ich habe in der letzten Lösung sozusagen das Ding hier als Canvas oder ein Canvas definiert, das ein Color-Picker geworden ist, aber ich möchte jetzt hier noch den Enkel reinpacken. App-Enkel. So, App-Enkel. So, und das sollte jetzt hier, Sekunde, Disconnect, achso ja, weil ich nicht gesurft habe. Und ich wundere mich, warum es nicht funktioniert. Okay, jetzt müssen wir ganz kurz warten, bis es fertig kompiled hat und bis es dann wieder läuft. Genau, wundervoll. Okay, und jetzt sollten wir sehen, dass wir ein Enkel haben. Enkel works. Okay, dieser Enkel ist jetzt nicht eingebunden, also überhaupt nicht direkt eingebunden in unserer App-Component, ja. Das heißt, wir können ihn auch nicht über AddViewChild einlesen. Wir müssen jetzt hierher gehen und unseren App-Enkel hier einlesen und dann können wir ihn über App-Component einlesen, okay. Okay, das habe ich euch letztes Mal schon grob erklärt. Wir wollen es jetzt hier trotzdem mal machen. Und zwar sagen wir hier, das war das Ganze mit dem Canvas, das machen wir oben drüber, was wir jetzt machen. AddViewChild. Ah, falsch. Die Enkel Component. Wird auch direkt für mich importiert. Vergesst das nicht, wenn ihr das selber macht und kein so ein intelligentes Ding habt, dass ihr das auch selber importieren müsst. Dann wollen wir das Ding hier haben. Private. Quatsch, nicht private. Was mache ich denn? Mein Enkel. Doppelpunkt. Enkel Component. Und das ist jetzt sozusagen das, was ich hier einlese. Und jetzt kann ich in meiner, nein, nicht in meiner App-Component, hier kann ich jetzt drauf zugreifen. Nämlich in der ng-afterview-init kann ich jetzt hergehen und kann den Inhalt von meinem Enkel loggen. Das heißt, this.myComp, wobei myComp ist jetzt hier wieder die myComponent.component, ja. Und hier haben wir jetzt die andere Komponente gespeichert. Das heißt, ich kann hier sagen, this.myComponent.enkel. Und damit lese ich quasi meinen Enkel aus. So, und jetzt werde ich wahrscheinlich von allen Softwareentwicklern zurecht verteufelt werden. Hier haben wir jetzt einen Enkel Component, das brauchen wir nicht. Äh, Enkel Component, und da steht halt alles drin, was die Enkel Component tut. Ähm, jetzt werde ich zurecht von allen Softwareentwicklern verteufelt werden. Es gibt einen guten Grund, warum man das nicht einfach so machen kann. Denn es ist furchtbar, furchtbar, furchtbar schlechter Stil, sowas zu tun. Wenn die Enkel Component, ähm, hier drin sein muss, um irgendwas hier in dieser App Component zu tun hat, dann sollten wir auch hier nicht den App Enkel benutzen, sondern direkt in der App Component hier App Enkel eintragen. Ähm, das ist halt einfach, ja, dann gehört es sozusagen da rein. Ähm, und deswegen sollten wir das auch so tun. Gut, jetzt, warum zeige ich euch das trotzdem? Weil ihr dadurch sehr viel schneller verstehen könnt, wie eigentlich dieses Injecten funktioniert und wie ihr damit arbeiten könnt. Okay? Gut. Dann hoffe ich, dass ihr das nie wieder tut und mir nicht übel nehmt, dass ich euch das gezeigt habe. Auch wenn es, ähm, beim Verständnis, finde ich, sehr, sehr viel hilft. Und ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Und, ähm, viel Spaß beim Ausprobieren. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.